Moin Moin. Heute gibt es mal ein ganz ganz kleines, richtig billiges, beschissenes Video aus meinem Training. Ich dachte mir, auf YouTube zumindest habe ich euch lange nichts mehr gezeigt, dass bei mir läuft es auf Facebook. Ab und zu kommt mal was. Wir sind natürlich hier im geilsten Studio der Stadt City Fitness. Und heute sind wir mit Brust dran und machen Bankdrücken. Noch ein paar andere Übungen zurück. Aber natürlich, das ist eine Übung, wo ich versuche immer wieder richtig stark zu werden im Aufbau. Und da könnt ihr euch jetzt mal angucken, wie das aussieht und wie das klingt. Wenn man auf der Bank 180 Kilo siebenmal drückt und beim letzten Mal denkt, dass man stirbt. Aber hat geklappt. Und an alle Formpolizisten. Macht euer Ding. Macht einfach euer Ding. Sagt, drückt mal ordentlich und alles. Macht euer Ding, es interessiert mich nicht. Könnt gerne herkommen, die 180 Kilo siebenmal drücken. Entschuldig, ohne jegliche Bandagen, weil verstehe ich nicht mehr zu. Wenn man genug Muskel dazu hat, braucht man das alles eigentlich nicht. Und ich verletze mich auch nicht deswegen. Also viel Spaß dabei. Vielleicht motiviert das dann einer oder anderen von euch. Aber natürlich, don't try this at home. Also für einen Anfänger ist es immer ganz wichtig. Ich muss meinen Arm wechseln. Meine Mutter hat so einen Pump-Aderschweine. Für einen Anfänger ist die Technik das Wichtigste. Mit allen Leuten, mit denen ich anfange, trainiere ich ewig Technik. Das muss man immer verstehen. Wenn ihr die Technik einmal drauf habt, euer Körper unter Kontrolle habt, dann könnt ihr halt auch mal hier und da ein bisschen rumwürschen. Ohne dass ihr euch gleich umbringt. Aber das muss euch als Anfänger erstmal klar sein. Technik lernen. Und dann Gewicht. Also in diesem Sinne. Viel Spaß und schreibt mir so rum. Vielen Dank. Das Ganze ici. Vielen Dank. Vielen Dank. 1 Puh! 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 Ja! Na komm, na komm, komm! Na komm! Oh mein Gott! Lass ihn auf! Stange, Liss! Lass ihn auf!